Musik 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 Arschbombe Hier war keiner drin Also keine Sorge, ihr habt nichts verpasst Musik 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 You... ...want... ...mercy? ... ... Those who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves. ...then hold to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight! I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Cassandra. Well, Cassandra... ...we're all thought to be murderers too. So, tell me why I shouldn't kill you right here. I came to find the great pirate Xenia. That's... ...you, isn't it? I like the sound of that. But what was your plan once you found me? I came to offer you a deal. Sneaking into my city is a strange way to make a first impression. I needed to speak with you directly. I didn't think your pirates would just... ...let me... ...walk up and knock. Then SPEAK! I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Cassandra. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman? She's... my mother. I haven't seen her since I was a child. So, you're on a quest to find your family? Something like that. Then your path is not an easy one. Aspasia is the one who sent me to find you. Aspasia? Now why would she do that? She said you might have information that could help me in my search. You can have anything for the right price. And what is that price? One you can afford, I'm sure. Whoa, 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 whoa! Why do you need so much Drakmi? I have a city to secure and people to protect. I have no interest in going to war. I just want to make sure the war doesn't come to us. I don't have that kind of Drakmi. I find that surprising, given your profession. What proof do I have that you'll even find her? I already know Merini. How do you know that name? That's not all I know. Getting that much Drakmi won't be easy. You have a ship and a crew? That's enough to find work here in Koresia. And there is a stockpile of Drakmi held in the fort on the far side of the island. You want me to steal from your island? The other locals aren't too happy about us pirates. Their leader has amassed a fortune. If they have no Drakmi, they can't do anything stupid. Don't worry. As long as you're working for me, you're one of us. Trust the pirates to only help for a boatload of Drakmi. If I'm going to pay her, I need to find some work on this island. Yep. Das wird jetzt lustig. Ich hatte eben, bevor ich das Spiel gestartet, äh, bevor ich die Insel übertreten habe, 12.000. Aber dann habe ich das Schiff ein bisschen aufgerüstet. Dann habe ich nur noch 7.000. Und ich darf direkt den Staatsschatz plündern. Hey. Geht ja schon mal direkt gut los. An der Festung bin ich direkt am Anfang, als ich auf die Insel kam, getroffen. Die sah sehr nett aus. Super. Boah. Ja, den habe ich auch direkt getroffen. Ich weiß aber nicht, warum das schon die Hälfte weg ist. Ich habe nichts gemacht. Ich bin... Was? 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 Wieso brenne ich schon wieder? Was? Ja. Woah. Aber... Gehen Katzen! Ich mag eigentlich Katzen. Die sind immer so dumm-däblich Ach, nö Hier sind auch noch Wildschweine Die gehen mir am meisten auf den Sack Nein Okay, wir versuchen mal Ach ja, da ist direkt Ein 35er Kopfgeldjäger Oh, Scheibe Das wird nicht leicht Und dabei müssen wir nur da hin Und ihr kennt das ja Schön nachts angreifen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das wird jetzt was, ey Oh Gott, oh Gott den haben wir mal kurz gegrillt packen wir den mal hier rein der passt nur auf die schilder auf keine sorge dem geht es gut we so den lasse ich am besten erstmal noch in ruhe nein mal schauen hier den könnte ich kriegen und schauen wir haben eigentlich nur noch die zwei gegner da ja ich der wird nicht so einfach das muss ja unbedingt ein goldener sein guck wo anders hin obwohl ich bin level 20 den müsste ich eigentlich so kriegen aber wir versuchen das muss stefie Dankjew. Den hätte ich beinahe vergessen. Ah. Wäre cool, wenn der jetzt mit viel Glück den da umbringt. Kein Ernst? Wie hat der mich jetzt eigentlich gesehen? Ich habe den Ernst. Nein, 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 hier bin ich gerade Das war so gut, bis der eine mich erwischt hat Ja Tschüss Ach komm schon Nein, 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 nein Das war Oh 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 Boah Oh Yeah Typ, du gehst mir tierisch auf den Sack Wegen einem Typen, ich war aber voll im Gebüsch Wie hat der mich bitte gesehen? Ich habe nur gefiffen Ach komm, dein Ernst? Let's hope no one knows this is me here Ich hätte bei dem ersten Kill schon speichern sollen Naute, verzieh dich Ich sagte verzieh dich Toll, jetzt darf ich den ganzen Schmuh nochmal machen Ach Ach Zo Oh, da, 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 da. Oh, diesmal kriegen wir ein 19er Gold. Sorry. Okay, da die ja diesmal nicht hier oben sind, können wir hier oben alles wegräumen. Oh, da liegt er gut. Oh. Oh. Äh, erstmal gucken, was das für einer ist. Ein Normal-Ski. Alles gut. Ein Tuss und ich. Oh, Schnauze. Kommt hier noch jemand jetzt? Nein, gut. So. Danner Prozedere. Wer guckt in meine Richtung? Aus dem Fenster. den kriege ich mit Sicherheit nicht aber den rein so, den machen wir mal hier in die Ecke okay, ganz ruhig, ganz sneaky dich auch desto weniger hier sind, desto weniger habe ich zu kämpfen sobald alles cool das war auch noch der shit vergessen die Leiche wegzumachen oh ja Oh So ist der Lugger, der Garnisch ist der Lugging. Oh, die kriegt sowas von mir. Alter, ich muss da rein auch noch. Hier sind so viele Goldene. Damn, ey. Ich muss alle Weißen aushalten. Danach kann ich vielleicht... Ja, Leckumio, wie viele sind denn noch hier? Okay, wir räumen erstmal da hinten auf. Das hatten wir eigentlich schon gemacht. Eigentlich... Ich irgendwie doof gesehen habe. Oh, hier ist ja eigentlich nur der da oben. Weißt du was? So. Gucken wir uns das ganze Spiel von oben an. Oh, hier ist ja. Oh, hier ist ja. Geiss! Go 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 go! Tschüssi! Egal, wir haben die auch Vergabe erledigt. Tschüss! wir kommen später wieder wenn wir ein bisschen stärker sind ey weil das war das war eigentlich echt zu viel so viele goldene ich krieg die nie one shot da ist synchronisation das wir müssen machen wir sind heute mit meinem deutsch los das wir müssen machen müssen wir noch machen da haben wir auch noch ein Fragezeichen eine Höhle schwächt naja wenigstens wissen wir jetzt wo er ist ok so groß ist sie jetzt und auch wieder nett ja kannst gerne weiter hoch ey wir könnten ja eigentlich ja ich hätte den Speer verbessern sollen dann wäre er wenigstens schon mal auf stufe 4 gewesen so löwenkopf squalls swirl on hostile waters and demons writhe in the darkness if you fail gris is lost so are you ready now the days of heroes are over we'll see we'll see you next time we'll be right back 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 Vielen Dank.